So, wir stehen heute zu Lorenzweiler bei der Racing Action 2024. Lorenzweiler hat das Birchrennen von 1966 und bis 2012 gewählt. Ich bin praktisch von den Initiatoren von dem Birchrennen von Lorenzweiler aus dem Ali Gridl gewählt. Denn Ali hat das Gürste am 2. Malte von 86 Jahren immer verloren. Leo Linden, den Nürftmür steht, den hätte ich uns beim Ali zusammen geschafft. Sie hat der selbeste Patron, wie sie auch noch den Autosport zusammen betrieben. Leo, was kann es sein, Sie wird den Ali erzählen? Also, der 4. Ali sagt, sie kann man gestehen. Es ist die traurigste Uhrigkeit, dass alle da sind. Sie ist voll da nicht gelebt. Sie telefoniert oder immer, das wissen wir, aber bestätigt, dass es so wird. Ich weiß nicht, dass es so wird. Es ist viel lebt, dass es so wird. Man hat es so viel zu tun. Aber das muss man ganz ehrlich sein. Es war vielleicht nicht die ganz große Leut von Singers sein. Aber ich konnte ihm immens gut leiden. Ich habe nicht mehr viel mehr gebraucht. Weil er ja auch schon kurz gefördert ist. Ich richte überhaupt gefördert sind und hatte auch viel Ahnung davon. Aber wir sind noch ein paar ganz breite Sachen gefördert zusammen. Zum Beispiel auch den Akropolis-Rally. Also, das müssen wir nicht sehen wollen. Aber natürlich hat das alles alles aus. Natürlich nicht gesagt. Aber am größten Ganzen, das Münstlich, das Fahrrad. Aber wie oft, dass ich auf Münstlich gefördert habe, an ein Auto geschafft habe, dass man Konter fährt, kann ja keiner noch so lange machen. Aber es fehlt nicht. Okay. Ich weiß nicht, das sind 10 Euro oder 10 Euro für Wasser. Es ging schon in den Kopf gehen. Ja, natürlich. Du hast ein Auto für den Alli abgebaut oder zusammen geschafft. Das war natürlich auch eine Rallye-Zeit. Wir haben zusammen gemacht. Wir haben natürlich Elektrik gemacht. Wir haben das elektrisch gemacht und alles. Das haben wir nicht geschafft. Und so viel. Wir sind auch gut eins gegangen. Und natürlich die Distanz, die ich gesucht habe. Das war immer schön. Wir haben vielleicht ein, zwei oder ein, zwei Mal hinbekommen. Wir haben vielleicht 100 Mal oder 500 Mal. Sonst geht das nicht. Für eine halbe Stunde zu schaffen, das ist ja okay. Ja, das habe ich die Hütter richtig gut harmoniert. Die sind Pueralli zusammengeführt. Sie sind auch zusammen mit Monte Carlo geführt. Oder du hast dich erst mal mit Nickel geführt. Nein, nein. Es sind normalerweise dreimal Monte Carlo geführt. Aber es war ein guter Tag. Es war auch für mich. Da muss ich natürlich nicht immer hochkommen. Weil es war in der Garage. Da gibt es nicht immer das beste Material. Es gibt wahnsinnig etwas. Ich kann das nicht tun. Aber es war immer lehrer. Ich vergebe es für ihn. Ja, und es ist natürlich da noch ein spannendes Zeitgewicht. Die sind natürlich am Alli zusammengeweicht. Was bleibt an der Erinnerung vom Alli? In der Erinnerung vom Alli? Gut kommt, dass wir auf dem Topo fahren. Was nicht geht, bringen wir es aus. Wir sind in der Karriere gefahren Frankreich und da waren lang, lang, längst keine. Ich hatte immer das Gefühl, wir wären dort zu lösen. Und Jugendliche, das hat echt keine Menge am Leben. Da hat ich es gelehrt, da war nichts gesagt. Da wurde ein Aufschrieb geändert und da sagten wir, Linken, 400, Linken 5, das ist Vollgas. Und da hast du auch gefühlt. Und da war ein Perch mit Rot, anderen mal Bad Potto und ich weiß nicht, ob man das Rissisch geworden hat oder nicht. Aber da sind dann Brrrr-Ritt gegangen, da hat der Lars geschubelt, da hat er gesagt so. Und da hast du gesagt, 5. Ich habe gesagt, nein, Nalli, geht ab mich. Das war die erste Kehr. Und da schaunten, das hatte ich immens gehrt. In den vierten und auf sich vierten, vorher als Anfänger geholfen, nehmen wir das, die Soldaten, was die beibefüren sind. Beibefüren die immens Verantwortung, weil es muss total stimmen und es muss in Harmonie sein. Die verfolgen sie immer, ein Leben lang praktisch oder jungen und jungen zusammen. Das war das, man muss planen sein, so es geht. Vielen Dank für die Prüfung zum Allekridel. Vielen Dank, Leo. Sacre Leo. Sacre Leo muss. Merci auch, Ola. Merci. Merci.